Los! Wir freuen uns! Liebe Leute, da sind wir wieder! Tag 2. Das zweite Türchen öffnet sich zu unserem Ditch & Drum Workshop-Digeridoo-Kalender. Ditch & Drum Workshop-Adventskalender. Leute! Ich kann fast schon das Wort, das Schwierige. Ich muss noch ein bisschen üben. Einen habe ich noch. Ditch & Drum Workshop-Adventskalender. Sie hat es! Heute lernt ihr einen ganz besonderen Rhythmus. Und zwar auf der Gemme spielen wir Ton, 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 Bass, 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 Ton Ton, Bass, Ton, Ton, Ton,bass, Ton, Ton, rebas, Ton, Rolling,と baseball, Boot, bass, Ton, tun, bass, Ton, bass, Ton, bass, Ton, bass, Ton, bass, Ton, bass Sehr gut! Auf dem Digital Do benutzen wir folgende Silben. Jetzt wird's tricky. Do, di, ko. Do, do, do. Ti bu, do. Siehste, ich muss das normal machen. Ti bu, do, wa, do. 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 Viel Spaß beim Üben. Wir haben auch eine Weile gebraucht. Vielen Dank für eure geschätzte Aufmerksamkeit. Und wir sehen uns morgen.